Ich muss mich richtig aufpassen, da muss ich mal ein bisschen zusammenstehen. Da haben wir ein bisschen drauf. Seid ihr zwei schwer beschäftigt? Das schaut fast so aus. Du könntest uns schon helfen, aber... Was soll ich denn da? Nein. Hast du eine gute Brotzeit, Herrie? Ja, das mach ich. Wir haben genug. Wir haben genug. Wir haben genug. Ihr zwei macht das so gut, ihr braucht mich gar nicht. Ist das eine Tomaten? Ja, die haben wir jetzt ein größeres. Damit es große Tomaten wird. Die haben es schon angesetzt. Ja, super. Warten Sie rein. Zeigen Sie es mir noch mal, dann geh ich ein bisschen näher daher. Da sieht man es, gell? Ja. Schön! Helmut, da können wir kochen. Wenn wir kochen könnten, könnten wir kochen. Wir können schon kochen. Fangen wir mal den Schneck aus. Ja, siehst du das? Ein Schneck? Ein Engerling. Ein Engerling. Laufanten? Ja. Zwei Stück, he? Ja. Durch Weihnachten können wir sich in die Pfanne rein. Oh! Oh! Ja, das ist ja. Ich bin kein Menüter da.